Heute mal Vitamin Berge von 3100 Meter. Ich bin hier auf dem Stubaier Gletscher und werde in den nächsten drei Tagen mal die Strecke vom Stubaital Ultra Trail ablaufen, fotografieren, ein bisschen Film. Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht der große Filmemacher bzw. Filmstar oder YouTube-Star, von daher, ich hoffe, dass das einige Machen was wird. Auf jeden Fall gibt es einen Haufen Fotos dann, wenn das Wetter dann mitspielt. Gerade ist es ganz nett, aber es soll regnen. Es wird natürlich voll die Sonne werden. Ja, ich grüße euch und bis bald. Ciao, ciao! Ja, ich grüße euch.